Wenn ich in Unternehmen bin, um dort Konfliktherde oder Mobbingfälle zu klären oder aufzulösen, sehe ich die Rauchwolken schon von der Ferne. Oft ist es gar nicht notwendig, so richtige Rauchwolken entstehen zu lassen. Meistens kann man einen Konflikt beim Schwellbrand abfangen. Bei meiner Arbeit im Wolfside Center, die ich seit 2009 mache, also seit 2009 arbeite ich dort mit kanadischen Timberwölfen und mit Professor Kurt Kotraschall zusammen, um das Verhalten von Mensch und Wolf in Beziehung zu stellen und ein bisschen Forschung zu betreiben. Und was ich von den Wölfen gelernt habe, ist, dass Wölfe ihre Konflikte sofort und gleich klären. Da kommt ein Hindernis oder es kommt ein Ärgernis und der Konflikt wird sofort geklärt. Der eine Wolf packt den anderen Wolf beim Nacken, schmeißt ihn auf den Boden, bedroht ihn vielleicht ein bisschen. Es schaut fürchterlich aus, es hört sich fürchterlich an, aber danach ist der Konflikt geklärt und die Luft ist rein. Und nichts ist passiert. Was kann ich davon für die Menschen herausnehmen? Zumindest das, dass es wichtig ist, einen Konflikt, einen schwelenden Konflikt oder einen kleinen Brandherd sofort anzusprechen. Wenn eine Unstimmigkeit da ist, dann sprechen Sie sie doch einfach an. Viele Menschen haben Angst davor. Wie kann ich das jetzt aber machen, sodass ich mich nicht fürchten muss und eine gute Chance habe, dass es sich in Wohlgefallen auflöst. Machen Sie das, wenn Sie mögen. So, probieren Sie es einfach aus. Und zwar, sprechen Sie ganz konkret das Verhalten an, das Sie von der anderen Person stört. Und zwar das Verhalten und nicht die Person. Es ist wichtig, dass Sie Verhalten von Person abkoppeln. Wenn Sie die Person ansprechen, dann heißt das, du hast. Wenn Sie das Verhalten ansprechen, mich stört dieses oder jene Verhalten. Also sprechen Sie zuerst konkret das Verhalten an. Wenn Sie das gemacht haben, erklären Sie der Person, damit sie es auch versteht, was dieses störende Verhalten für Sie für eine Auswirkung hat. Wenn Sie das gemacht haben, können Sie, wenn Sie das wollen, auch Gefühle und Gedanken ansprechen, die Sie zu dieser Situation haben. Und last but not least und am allerwichtigsten, sagen Sie am Ende ganz konkret, was Sie wollen, was Sie sich wünschen, was Sie möchten oder was Sie sich erwarten. Sag, was du meinst. Und du hast eine gute Chance, dass du es auch bekommst. Ein Beispiel dazu. Mein Kollege spielt viel zu laut Radio. Mich stört das, weil ich heute eine konzentrierte Arbeit zu tun habe. Ich spreche es bei meinen Kollegen an. Mich stört die Lautstärke deines Radios. Die Lautstärke des Radios hat für mich zur Folge, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann und somit Fehler mache. Und ich ärgere mich schon über mich, dass ich dich nicht schon früher darauf angesprochen habe. Eine Bitte an dich. Wenn ich so konzentrierte Tätigkeiten durchführen muss, wie jetzt. Dreh bitte das Radio ab. So klappt es nicht nur mit dem Nachbarn, vielleicht auch mit dem Arbeitskollegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020